ok jetzt würde ich mal die ganzen tun die hier sind aber erst mal ein bisschen gegner schnetzeln die ganzen tun da oben ist eine aber da kommt ja später hin wenn ich mich jetzt richtig erinnere gibt es eine ganze reihe von auto wappen das wusste ich auch noch so weg mit euch okay so das war dumm Gab es denn früher den Weg auch schon? Ich bin echt manchmal zu dämlich. Ich habe erst jetzt gerade so gemerkt, dass ich den... Da haben die das... Nein, das haben sie nicht neu angebaut, nicht den. Okay. Geht klar, aber jetzt mal hier rauf. Ich weiß nicht mehr, was da oben war. Ich gehe erstmal da hin, aber... Ach, das hier. Okay, geht klar. Ich muss erst mal alles einfügen. Okay, ich habe eigentlich jetzt zu viele von den Chips, um jetzt irgendwie weiter zu kommen. Okay, weiter geht's. Das war ein komisches System hier, um voranzukommen. Das weiß ich noch. Okay, dann komme ich da raus. Na, nur, ich bin ja ganz froh, dass wir hier rausgekommen. Ja, ähm... Ach, ich habe ja in der Stufe erhöht worden, ja. Wo komme ich jetzt raus? Okay. Okay. Okay, da habe ich eins. Feigersalve? Feigersalve? Schleide einen schleimenden Fall, weil der Gegner durch seine Wucht... Ey, das klingt doch geil. Ähm... Blitzwirbel... Sturmlauf? Hitzesturm? Geil! Sturmlauf? Sturmlauf? Windlauf? Nee. Wärtiger Huf? Feuerklinge. Blitzrack, Elektrofeger. Umwandlung? T-L. Ah, hier, das ist Taktleistererhöhung. Elektrofeger, komm. Warum nicht, wenn man das schon hat? Ähm... Okay, jetzt muss ich wieder da raus. Und dann durch die Mitte. Dann muss ich den ja töten. Du heilige Scheiße, das war eine geile Attacke. Es kommen auf einmal so viele Gegner hier. Okay, da komm ich hier raus. Okay, dann muss ich hier raus wieder. Da gibt's noch ein paar Plätze, wo ich hingehen muss. Wie kommt man da hin? Das ist die Frage. Okay, zu den Orten kam ich schon. Ich muss extra hier hoch, damit ich da unten ankommen kann. Oder ja gesagt, da hin. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir eigentlich fast alles. Hä? Ach so, da habe ich doch nicht alle Gegner hier getötet. Und jetzt? Okay, jetzt aber. Komm. Jetzt komme ich hier raus. Lichtung. Ach so, okay. Warte mal, da war ich noch nicht. Ach, wusste ich doch. Hm, was ist mit der Tür da vorne los? Da geht es bestimmt zu diesem komischen Lotushal, oder? Ja, Lotushal. Wusste ich da. Okay, jetzt hole ich mir mal alle Dinger hier. Donado. Kartensoldat. Null Chip, okay, ich habe dann alles. Und hier rein. Da kommen wir zu den Kaffee-Kränzchen. Ach, wusste ich doch. Hier ist bestimmt irgendwas, das weiß ich. Aber erstmal, äh, ich habe da paar neue Dinger. Ein paar neue Dinger bekommen, oder? Stuf. Ach sehr, das wollte ich ja machen. In die Reihenfolge packen. Mit Magie, mit Attacke. Glück brauche ich nicht, ich brauche eher mehr Leben. Echt krass, dass ich schon weiß, dass ich da... Ich habe Sternregen gelernt. Habe ich das jemals gehabt? Da kommen die ganz neu vor. Okay. Null Chip. Was ist, selbst hier treiben sie sich herzlos herum? Warum nicht? Irgendein Ort brauchen sie jetzt, um rumzugammeln. Man hat einfach nichts gesehen. Hier finde ich vielleicht auch Erinnerungswörter. Ein Fall für Inspektor Sora. Ja, ist klar. Oh, jetzt komme ich durcheinander mit den Knöpfen. Hier steht etwas. Herzlichen Glückwunsch und Nicht-Geburtstagskind. Wie bitte? Wer ruft da? Äh, hallo? Was hast du unter dem Tisch gemacht? Mich versteckt natürlich. Was denkst du denn? Vor dem Schatten, die nichts als Unfug im Sinn hatten. Meinst du die Herzlosen? Keine Sorge, die habe ich erledigt. Das ist sehr schön und gut, aber ich bin spät dran zu... Ja, zu was eigentlich? Irgendwas muss ich doch dringend erledigen. Doch, du hast vor dir Erinnerung von und was? Daran kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich ein dringendes Anliegen hatte. Sag mal, weißt du vielleicht etwas über das Mädchen Alice? Alice, sagst du, ein Mädchen? Vielleicht weiß ich etwas. Wirklich? Aber vielleicht auch nicht. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich habe auf etwas geschaut, das mich zu Eile trieb. Was macht du? Ähm, Alice, was ist die Kaninchen? Geburtstag. Tiger Katze, Keks, der Knauf, rote Hosen, weiße Hosen. Ich werde mich verstecken, bis ich ihn nicht erinnere. Okay, bei ihm muss ich wohl eher die Uhr benutzen. Irgendwie reden die langsam diese ganzen Herzlosen auf. Verrückter Hutmacher. Okay, verrückter Hutmacher. Geht klar. Ach, schon wieder, oder was? Huh? Was ist denn hier los? Haben sie was geschickt? Nein, das liegt bestimmt an dem Bug. Ich weiß, wo der Bug ist. Ich muss mich nicht besser aufpassen. Ach, das muss ich schneller machen. Leute, tut mir leid, dass es so lange dauert jetzt. Okay. Und hier ist er back. Jeder normale hätte noch weiter gesucht, aber ich habe es gefunden. Sofort wird es ihn betreten. Ja. Ich habe ja noch, ähm, vier Minuten. 13 Gegner besiegen. Geht klar. Warum nicht? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, was ich jetzt gemacht habe. 13 Gegner besiegen. Okay, das war auch egal, was für eine Sorte. Ich muss jetzt nach Herzlosen suchen. Ja. 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 Okay. 13 Gegner. Und er gehört dazu, oder was? Egal, wenigstens schon getötet. Leck mich, du kleiner Bastard. Ich habe jetzt, ich habe gleich die Herausforderung geschafft, aber ich mache auch noch mehr. wenig SP-Punkten. Sollen wir wetten, gleich kommen, eine Autowampe? Ja, ich weiß, was ich jetzt bestanden habe. Was erwartest du denn? Ja. Okay. Okay. Man sieht, es bringt was. Alles zu machen. So, das sah sexy aus. Okay, das habe ich dann auch. bisschen mal festhalten. Geht dann nicht. Du brauchst das noch hingeschossen. Ja. Du brauchst das noch hingeschossen. Okay. Okay, aber wir hast das machen, oder? Das machen wir den nächsten Platz. Schaffe ich. In 200 Sekunden. Wieso fange ich genau hier an? Wieso fange ich genau hier an? Wo ist die Tür? Fickt euch. Kein Bock auf euch. Wo seid ihr? Hier nicht. Hallo? Der erste geschafft, jetzt kommt der nächste Hallo, wo ist er denn? Da bist du Schaffe ich das eigentlich noch? Ach komm, scheiß drauf Ich habe jetzt nicht so die Zeit dafür Okay, das war gekonnt aus Aber war es nicht Nächste Ebene Heilkommandus verboten Hab ich bisher auch noch nicht einmal benutzt Dann geht's dir Jetzt kommt die ganze Familie Okay, ich habe die ganze Familie ausgerottet Nein, jetzt kommen die Verbunden Okay, jetzt kommen die Ich muss ja schließlich jetzt leveln Das ist jetzt wichtig Somit die maximale Stufe jetzt erreicht Ach, diese Kombo-Kacke Die kenne ich, also Sternenring kenne ich Allgemein die Attacke ist behindert Wegen der Steuerung Die kenne ich, also kann die 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 Die kenne ich, also kann die